die fresse hallo leute ich bin jetzt wieder euer grand warlord hier blödes timing an dieser stelle aber macht nix wir sind am nächsten rei- äh jemmy hat gerade einen kock im mund aber egal wir machen weiter ein kock genau genau wir machen weiter mit dem nächsten rei und für dieses video habe ich was ganz besonderes für euch vorbereitet was überraschen ich habe bis jetzt nur das bild gesehen doch das sah hammer aus und wir schauen mal wie weit wir kommen und hat es geschmeckt ja war es noch warm ist dass die weiß noch der filmpartie endgült so eine saubern so eine sauberste war alter ich habe wieder den booster wischt man auch nicht wie kann man diese updates aktivieren wenn ich gleich sicher nicht ähm l3 l4 keine ahnung ich glaube ich alle auch wenn du schon welche hast du das war jetzt das Alter fuck 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 oh what the fuck scheisse mal ab man ich bin außerhalb der straße die rei und die gelachen man nicht besser ich weiß nicht man aber ich noch mal auf geht's und gleich noch mal ja in dem Sinne von sehen wir uns aber schon wieder beim nächsten rennen so auch gleich für euch da bis zum nächsten mal ja 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 Vielen Dank.